Einhörner. State of the Union war ein bisschen langweilig, da habe ich mir was anderes einfallen lassen. Und dachte mir so, man könnte ja mal über den Zustand der Einhörner sprechen. Einhörner, das ist natürlich auch eine super Gelegenheit, in so einem Slide, wie man das heutzutage macht, Bilder aus dem Internet einfach wahllos einzubauen, ohne Sinn und Verstand und ohne, dass der Bezug jemals daneben geht. Was sind Einhörner? Einhörner sind seltene Wesen, also manche meinen, es gibt sogar keine. Also das ist sozusagen so eine These, die sich hält. Wir wissen es natürlich besser, denn Einhörner leben nur in ganz bestimmten Gebieten. Dort spielen sie eine große Rolle. Und was auch ganz wichtig ist, Einhörner sind super. Alle lieben Einhörner. Meine Tochter hat ein riesiges Einhorn-Kuscheltier in ihrem Bettchen. Und der Jauchzschrei, als ich ihr das geschenkt habe, werde ich nie vergessen. Einhörner sind einfach super. Und warum eigentlich? Einhörner sind ja irgendwie sehr ähnlich zu dem, was man schon kennt. Aber es gibt halt so diese besondere Finesse. In dem Fall halt das Horn und natürlich auch die besonderen Fähigkeiten, die so ein Einhorn hat. Und jeder möchte eins haben. So ganz heimlich. Wenn man die Wahl hätte, wie wäre es mit dem Einhorn? Würde man da Nein sagen? Eigentlich nicht. Aber nicht jeder gibt das gerne zu. Und das ist so ein bisschen das Problem mit den Einhörnern. Tja. Die Wahrheit ist, Podcasts sind die Einhörner der Medienformate. Gut versteckt. Im Zauberwald des Internets walten sie sozusagen vor sich hin. Und nur wer sich dorthin begibt, an diese ganz speziellen Orte, der findet sie. Das ist natürlich ungewohnt. Das heißt, wenn man dann wirklich mal auf einen stößt, dann kommen sie ein bisschen merkwürdig rüber. So sind ja auch die Podcasts. Das ist ein Medienformat, was viele Leute einfach auch missverstehen. Nicht so richtig zugeordnet bekommen, weil es einfach ein paar Eigenschaften hat, die man sonst einfach so nicht gewohnt ist. Aber wenn man sich erstmal damit verbunden hat und wenn man erstmal eingetaucht ist in diese kleine Welt, dann vergisst man sie nicht mehr und kann sie halt auch nicht mehr so richtig loslassen. So ist das. Und der Grund ist, Podcasts wie die Einhörner sind magisch und sie funkeln im Dunkeln. Also muss man sich die Frage stellen, wie geht es dem Einhorn, wie geht es dem Podcast an sich? Zunächst einmal kann man feststellen, Podcasts behaupten sich. Es gibt ja immer wieder diese ganzen Diskussionen darüber. The second coming, the third coming, der Hype-App wieder ab. Jetzt sind sie wieder groß in Mode. Die ganze Zeit geht es rauf und runter. Und wenn man sich dieser Medienberichterstattung zu sehr anschließt und immer dieses hektische Begleiten selbst begleitet, dann kann einem irgendwie ganz schwindelig werden. Ich persönlich kann eigentlich keine andere Entwicklung feststellen, als so eine Linie, die so von links unten nach rechts oben die ganze Zeit geht. Podcasts finden eigentlich in zunehmendem Maße gleichmäßig ansteigend immer mehr Interesse. Und das hat auch damit zu tun, dass es halt für Nischen ist und weil es halt sich diese Nischen langsam erarbeitet, in dieser jeweiligen Nische immer für sich wirkt und das dauert halt auch einfach. Aber die Bindung an das Format, die ist eigentlich konstant stark und deswegen gibt es auch dieses konstante Wachstum. Und so muss man das halt auch sehen. Hypes, kommen und gehen, mir sind die wirklich ziemlich egal. Und ich kann auch so bestimmte Anrufe schon gar nicht mehr ertragen oder E-Mails, die ich so manchmal bekomme zu diesem Thema, wenn gerade mal wieder irgendwas hochgejubelt wird. Und davon sollte man sich nicht so sehr ablenken lassen. Ja, Hypes kommen und sie gehen. Meistens ist es danach immer deutlich besser. Also ich habe gerade wieder so den Eindruck, wir haben jetzt gerade mal wieder so eine Hype-Kurve, die zweite wirklich große, weitgehend überschritten. Finde ich immer ganz gut, weil dann kann man wenigstens mal in Ruhe weiterarbeiten. Man muss eben nicht sich die ganze Zeit um dieses Geschwätz kümmern. Aber die Vorteile bleiben. Und was sind die Vorteile? Ist ganz klar, Podcasts sind mit Abstand das persönlichste Medium, was man so auf dem Internet finden kann. Der Bezug zwischen Konsument und Sender, Hörer, Hörerin, Podcaster, Podcasterin, das ist einfach so eng und so intensiv, wie ich das sonst von keinem einzigen anderen Medienformat so kenne. Blogs, okay, es gibt Populäre, aber dass die Leute wirklich konkret zu den Autoren einen unmittelbaren Bezug fühlen und so eine bestimmte Verbundenheit fühlen, das mag im Einzelnen vorkommen, ist aber nicht unbedingt die Rede. Bei Video, klar, gibt es diesen Video-Star und da gibt es natürlich eine extreme Affinität von unten nach oben. Aber es gibt nicht in demselben Maße eine Verbundenheit von oben nach unten, zumindest beobachte ich das verhältnismäßig selten. Sehr viel mehr Starkult, sehr viel mehr so ein asymmetrisches Verhältnis, während ich bei Podcasts nicht sagen will, dass es dort keine Asymmetrie gibt. Die gibt es natürlich zwangsläufig auch, aber die ist halt moderater, durchlässiger auch von oben nach unten und das äußert sich halt auch in einer hervorragenden Beteiligungskultur. Also das Maß, wie Hörerinnen sich an solchen Sendungen beteiligen und dort Einfluss nehmen, die finde ich so derzeit nirgendwo wieder. Kommentarkultur ist ja auch noch so ein Thema, das werden wir hier auch im Laufe der Subscribe noch ansprechen. Kann ich sehr empfehlen, den Talk von der Barbara am Sonntag zu dem Thema. Aber ich denke, jeder von euch wird das auf eine gewisse Art und Weise auch schon mal zur Kenntnis genommen haben. Eine weitere Eigenschaft sind natürlich die hohen Freiheitsgrade in der Gestaltung der einzelnen Sendungen. Das, finde ich, ist immer noch einer der Faktoren, der das Format auch total zukunftsfähig macht. Aber es gibt natürlich auch Probleme. Nicht alles läuft immer super, so ist das halt. Ein Thema, was wir auch schon auf der letzten Subscribe schon mal angesprochen haben, was sich in dem Sinne auch gar nicht groß geändert hat, sind halt die Plattformen. Man muss halt sehen, dass die Plattformen, die derzeit so nach vorne treten, meiner Meinung nach nicht wirklich uns groß weiterhelfen. Dass hier einfach ein Eigeninteresse vorliegt, was den eigentlichen Nutzen am Ende dann doch überwiegt. Und was halt auch ein wenig problematisch ist, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, dass auch einige Podcast-Clients nicht unbedingt immer hilfreich sind. Insgesamt natürlich schon, aber es gibt hier einfach Probleme. Man muss sich natürlich auch seine eigene Nase fassen und feststellen, so als Bewegung und so als Szene hätten wir auch zum jetzigen Zeitpunkt schon mehr erreichen können. Es ist immer leicht, sich groß zu feiern und zu gucken, guck mal, was wir alles Tolles gemacht haben. Ich habe da vielleicht auch ein bisschen einen anderen Blick drauf. Ich schaue mir das Elend jetzt irgendwie schon seit zehn Jahren an und während ich auf der einen Seite feststellen muss, okay, da ist jetzt auch viel Tolles passiert und das und das und das ist erreicht worden. Und wenn ich meine Publikationssituation vergleiche mit dem, wie das vor zehn Jahren war, ja, ist schon ein riesen Vorsprung. Aber der fühlt sich irgendwie nicht nach zehn Jahren Entwicklung an, sondern eher so nach fünf und ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Meckern hilft ja, aber nicht immer. Also man muss halt auch mal was dagegen tun und woran man das jetzt auch mal ein bisschen festmachen kann, so zwei Themen, Ausschnitte von Sendungen, Transkripte, da kann man das irgendwie ganz gut dran sehen. Plattformen zunächst einmal, die wollen halt vor allem was vom Kuchenab-Podcast sind, halt jetzt gehypt. Deswegen freue ich mich auch immer so ein bisschen über das Abenden des Hypes, weil der Hype das einfach total verzerrt. Klar, was positiv daran ist, man hat gemerkt, ah, Hörformate funktionieren. Leute finden das toll, die haben da irgendwie einen Bezug und so. Das sind auch vergleichsweise viele, vor allem natürlich in den USA, was auch damit zu tun hat, dass dort der Radiomarkt schon immer ganz anders war als hier. Ich denke, die deutsche Situation ist auch anders und wir können uns hier in gewisser Hinsicht eine andere Sichtweise auch erlauben, schlicht weil die Situation hier einfach anders ist. Nicht alles davon lässt sich problemlos so in die Welt übertragen. Aber man muss sich halt nur mal anschauen, wer jetzt quasi die Treiber sind, und die versuchen, Podcasts da auf eine neue Art und Weise urbar zu machen. Da haben wir halt auf der einen Seite so diese Musikplattformen. Es wird viel über Soundcloud geredet, noch mehr wird über Spotify geredet. Die haben hier so alle ihre möglichen Angebote, wollen halt, dass man dort seine Podcasts hostet. Und letztlich muss man aber immer wieder feststellen, dass in der Art und Weise, wie es auch technisch umgesetzt wird, eigentlich diese Plattformen zumindest in ihrer aktuellen Form überhaupt nicht zu Podcasts passen. Ich weiß noch, als allererste Mal, Soundcloud ist ja in Berlin, ich habe da auch irgendwie mal mit denen gesprochen, als sie angefangen haben, das Wort von links nach rechts zu rollen. Und damals hatten sie halt so Tarife mit, naja, wir rechnen so nach Spielzeit ab, nach Laufzeit. Da dachte ich nur so, habt ihr denn auch alle irgendwie Podcasts, irgendwie vier Stunden Podcasts, muss ich dann irgendwie eine halbe Stunde früher Schluss machen, damit ich es noch bezahlen kann. Passt einfach nicht. Also die Denke ist einfach nicht die richtige und so habe ich bisher eigentlich auch noch nicht viel gesehen. Jetzt gibt es natürlich auf der anderen Seite dann so Dumpingpreise. Hier für nix oder wenig Geld, das ganze Jahr, alles ist unlimited und dann springen natürlich alle da drauf, weil die Alternativen fehlen. An der Stelle kommt wieder die eigene Nase ins Spiel. Wir haben halt nicht viele gute Hostingangebote. Also wir haben halt nicht viel einfach zu nutzende, niedrigschwellige Serverlösung, Publishinglösung. Ist einfach nicht so. Kein Wunder, dass eben dann so halbfertige Dinge, die so irgendwie gerade so eben so ein bisschen passen, dann natürlich auch gerne angenommen werden. Also ich werfe das niemandem vor, wenn er jetzt irgendwie beschließt, bei Soundcloud seinen Podcast zu hosten, weil das dann quasi mit null Kosten verbunden ist. Aber man muss sich dann halt auch klar machen, was das eben potenziell für Konsequenzen hat. Und nochmal, also Podcasts sind für das Soundcloud-Modell eigentlich vollkommen uninteressant und vor allem gilt das eben auch für Spotify. Das ist einfach Lockware für Musikverkauf, für diese Flatrates, wo dann halt der Podcast noch mit reingeschmissen wird und am Ende soll halt alles durch irgendwie eine einzige App durchkanalisiert werden. Mit dem Ergebnis, dass wir irgendwann so in der Situation sind, ja, auf welcher Plattform läuft denn dein Podcast? Welche App muss ich mir denn jetzt runterladen? Und welche von diesen Apps funktioniert denn beim nächsten Betriebssystemwechsel dann nicht mehr? Und nachdem ich die eine App mal gelernt habe zu bedienen, wie funktioniert denn jetzt die andere, mit der ich diesen anderen Podcast höre? Also damit wird einfach das Grundprinzip der Podcast-Publikation ein bisschen unterwandert und das finde ich schade. Ähnlich gilt es natürlich auch für Hörbüchermarkt. Audible hat da im Prinzip genau denselben Ansatz. Auch dort ist das Konsuminterface für Podcasts tendenziell eher unterirdisch. Aber was ja halt vor allem alle vereint, auch andere Podcast-spezifischeren Plattformen, die auch so ihre eigene Wolke dort aufmachen, Features sind da eher Mangelware. Also da wird nicht im eigentlichen Sinne das Medium Podcast weiterentwickelt, sondern das sind bestenfalls Abfallprodukte aus der allgemeinen Entwicklung der Plattform. Es sind aber auch dann alles wieder Errungenschaften, die morgen schon wieder hinten runterfallen können und die nicht dauerhaft bleiben, wo man sich sozusagen auch als Podcaster überhaupt nicht drauf verlassen kann. Und ganz ehrlich, meine Perspektive ist immer die, was bringt mir das auch als Podcaster? Ich will ja eine Verbesserung der Publikationsmöglichkeiten sehen. Ich möchte eine Verbesserung des Ökosystems sehen und ich möchte jegliche Verbesserungen möglichst standardisiert und möglichst breit verfügbar haben. Können mir da diese Plattformen helfen? Ich sehe das nicht. Auch in gewisser Hinsicht problematisch, wenn auch noch eine gewisse Ausnahme, ist so das iTunes-Universum. Das wird ja oft auch mal so in denselben Topf reingeschmissen. Nur muss man halt sehen, iTunes oder Apple in dem Sinne hat halt die Sache anders aufgenommen. Sie haben halt ein Verzeichnis über das Verzeichnis, haben halt von vornherein auch, das finde ich auch ehrlich gesagt, eine ziemliche Leistung damals, dass sie also vor mittlerweile zehn Jahren das Medium einfach sofort verstanden haben, also auch technisch verstanden haben und auch verstanden haben, wie sie das mit ihren damaligen Produktline-Up gut verbinden können. Sie hatten halt iTunes als Bespielungssoftware für ihren iPod. Was fehlte, um Podcasts zugänglich zu machen? Ein Verzeichnis. Das Verzeichnis hat dann eben nicht nur für die Nutzer der iPods quasi genau an der richtigen Stelle gestanden und das richtige Feature-Set gemacht. Das war auch für Podcaster der Durchbruch. Also ich denke, das wird niemand bestreiten. Die Zeit vor iTunes hat ein Podcast-Verzeichnis und danach ist nicht zu vergleichen. Es ist überhaupt nicht klar, ob es jemals diese Bewegung in der Form gegeben hätte. Hätten wir nicht diesen technologischen Schritt an der Stelle gehabt und auch mit Apples spezifischem Interesse natürlich. Mit, ja, ist uns eigentlich egal, was ihr macht. Hauptsache die Leute kriegen ihre Gigabytes voll und kommen sie das nächste Mal einen größeren iPod. Was sozusagen überhaupt nicht in Konflikt gerät mit den Interessen, die man als Podcaster hat. Noch ist das so. Allerdings, und das werden wir jetzt gleich sehen, wenn man sich das mit den Apps nochmal anschaut, wird es auch dort etwas schwieriger. Ein Abfallprodukt dieses mangelnden Fokuses ist halt auch, dass gerade bei diesen Plattformen oft Support und Stabilität und Support habe ich gleich zweimal hingeschrieben, um das zu unterstreichen. Schwierig. Also wir hatten zum Beispiel, ich erinnere mich noch vor ein paar Monaten, wo auch 4000 Hertz ganz toll angekündigt hat, so jetzt haben wir ja alle unsere Infrastruktur auf Soundcloud, weil das ist total billig. So und dann sind da einfach mal so von heute auf morgen auf den Freitagabend halt alle Feeds ausgefallen. So alle Podcast-Feeds auf der gesamten Soundcloud-Pattform waren einfach nicht erreichbar. Fehler, ich weiß nicht ganz genau, was jetzt die Bedingung war. Man konnte den Inhalt nicht mehr abrufen, es war halt alles nicht da. Gut, passiert mir auf der Meta-Ebene auch manchmal. Muss man halt nochmal aus dem Bett krabbeln, einen Admin anrufen oder keine Ahnung irgendwas tun, gegen Server treten, rebooten. Aber das sind dann halt nur meine Feeds und da bin ich irgendwie selber schuld. Bei Soundcloud keine Ahnung wie viele Podcasts, die mittlerweile hosten, die waren halt alle in demselben Maße betrieben. Gut, möchte man meinen, große Firma hat viele Mitarbeiter und so weiter, das kann sich nur um Stunden handeln. Das komplette Wochenende war sozusagen da nichts zu holen und verzweifelte Anrufe, die dann so ein bisschen die Chef-Entage hochgingen, stießen halt auch nur so auf Missverständnis. So nach dem Motto, ja, Feeds gehen nicht, ja, kann ich jetzt weiterschlafen. So, dass das aber für Podcaster wirklich an die Essenz, an die Kernschnittstelle zum Hörerkreis und damit potenziell dem eigenen Business oder zumindest dem eigenen Spaß geht, ja, scheint sich zumindest in dem Moment, in dem Unternehmen da nicht rumgesprochen zu haben. Das ist halt immer das Problem. Wo ist der Fokus? Wo ist das eigentliche Interesse? Wo lauert das Geld? Ja, Podcast-Apps sind ja eigentlich was ganz Tolles, weil die brauchen wir ja auch. Das ist quasi die Essenz des Podcastings und eine der, wie ich finde, großartigen Entwicklungen, die sich ja vor zehn Jahren so noch nicht unbedingt in dem Maße hat erahnen lassen. Die Einführung des Smartphones, die Konzeptionalisierung der App und die Massenverfügbarkeit von Software, die Einfachheit von Installation von Software hat eben dazu geführt, dass wir im Prinzip genau das Frontend bekommen haben, was wir uns von Anfang an erträumt haben, nämlich eine einfach zu bedienende Software, die möglichst über alle Podcast-Angebote einheitlich dasselbe User-Interface bietet und dann eben quasi komplett beschickt werden kann aus der eigenen Quelle. Das ist ja irgendwie das Schöne. Also ich trage bei mir im Backend irgendeine Meta-Information rein und die rauscht halt in diese Apps rein und jeder kann sich im Prinzip das User-Interface und den Workflow aussuchen. Der passt und der mag mal so, mal so, mal so sein, je nachdem, wie die Hörgewohnheiten sind, wann man hört, wie oft man hört, wie viel man hört. Und your mileage may vary, jeder hat da sozusagen sein eigenes Ding und das ist super. Nur jetzt ist dieser Markt auch heiß umkämpft. Es ist nicht sehr einfach, als Podcast-Entwickler in dem Markt Geld zu verdienen. Martin kann ein Lied davon singen. Dementsprechend ist das auch heiß umkämpft. Trotz alledem ist es ein Wachstumsmarkt. Es kommen immer mehr neue Apps dazu. Also gerade in diesem Jahr gab es doch einige interessante neue Contender und die, die auch ganz gut vertreten sind. Legen auch ordentlich zu. So, das heißt, jetzt muss man natürlich auch mit Features glänzen. Und da gibt es so ein paar bedenkliche Trends. Zunächst einmal sehr wünschenswert, solche Features wie Synchronisierung, also die Verfügbarkeit desselben Abspielzustands und Subskriptionslisten über mehrere Geräte hinweg, weil mit einem Smartphone ist ja heutzutage nicht getan. Man hat ja hier noch ein iPad und da nochmal ein Zweitelefon und hier vielleicht nochmal ein Rechner. Und im Web hätte man es ganz gerne auch nochmal verfügbar, wenn die eigenen Geräte gerade irgendwie nicht greifbar sind. Ist eine tolle Sache. Das erfordert schon mal so eine eigene Cloud-Infrastruktur. Das stand eigentlich so am Anfang. Und damit macht man sich natürlich in gewisser Hinsicht auch schon mal so ein bisschen mehr abhängig von diesen Apps. Problem ist, jede App kommt halt jetzt mit ihrer eigenen Wolke. Dafür gibt es viele gute technische Gründe. Aber das ist natürlich etwas, was dann eben auch die Bindung und die Feature-Entwicklung stark mit beeinflusst. Also die Feature-Entwicklung im gesamten Ökosystem. Und was ich mit einem besonders bedenklichen Trend halte, also wenn ihr euch mal so in dem aktuellen Set von Apps, also um zuzugeben bei Android, habe ich es mir jetzt nicht nochmal genauer angeschaut, aber ich habe mir so diesen ganzen Schwung an Apps, die man so unter iOS benutzt, und mir das mal genauer angeschaut, wenn ich so einen Podcast habe und ich höre den und ich finde den toll. Und ich möchte den jetzt empfehlen und sagen, hier, hör doch mal rein. So, ein Link auf diese Episode würde ich jetzt gerne twittern oder per Mail und so weiter. Landet einfach in zunehmendem Maße einfach ein Link auf diese Cloud-Infrastruktur im Web. Overcast hat sein eigenes Interface mit einem eigenen Web-Player. Kasro hat das, etc. pp. Alle haben das. iTunes hat das. Also die Podcast-App auf iOS hat es auch. In der Android-Welt ist es, glaube ich, noch etwas seltener. Der Trend wird aber sicherlich dort auch nicht vor Halt machen. Mit dem Ergebnis, dass es irgendwie in gefühlt 60, 70 Prozent aller Podcast-Apps nicht möglich ist, aus dem Kontext der gehörten Sendung einen vollständigen Link auf meine oder auf die Homepage des Podcasts, die ich gerade höre, geschweige denn die Episodenseite, zu machen. Es gibt einfach kein User-Interface. Man kann die Homepage nicht abrufen. Es ist alles in den Metadaten vorhanden. Steht ganz klar bei jeder Sendung dabei. Aber man wird halt immer mehr in diese Cloud reingeworfen und kann damit eben nicht einfach mal weiterführende Shownotes, Kommentarspalten, etc. Andere Informationen, das eigene Blog, was man dazu läuft, auch mit in den Mittelpunkt reinbringen, sondern alles biegt ab und geht irgendwie in diese Clouds, womit natürlich den Leuten, die diese Links vorgeworfen werden, zunehmendem Maße auch irgendwie suggeriert wird, Podcasts würden sich ausschließlich nur in dieser einen oder dieser anderen Wolke abbilden und es gibt eigentlich nur noch so fünf verschiedene Orte, wo das sind und das müsste irgendwie so und so funktionieren. Natürlich ein Innovationshemmnis auf der einen Seite, aber was mich persönlich am meisten daran stört ist, naja, also ich will ja unabhängiger Podcaster sein. Ich möchte ja gerne mein eigenes Frontend steuern und ich möchte natürlich auch im Web meine eigene Präsenz haben und die Apps machen es halt einem schwer. Ich kann die Argumente, die dann kommen, wenn man mal nachfragt, gut verstehen. Ja, das ist technisch schwierig, da gibt es irgendwie so wenig Standards, da drauf zu linken, gerade so Audio-Player im Web, das ist ja nochmal so ein Ding. Manche Argumente finde ich dann schon ein bisschen shady und oft ist es halt auch einfach Carelessness oder dass man irgendwie auch gar nicht drüber nachdenkt, dass das vielleicht unter Umständen drin ist. Ich weiß, es gibt dann kommen so Sachen wie, es gibt Podcasts, die haben keine eigene Homepage. Ja, ich weiß, da gibt es super obskure Podcast-Hoster, die noch nie mal in der Lage sind, irgendwie eine Webseite für irgendeinen Podcast rauszuhauen, sondern nur Feeds machen. Kann man ja machen, aber ist ja kein Grund, alle anderen dann gleich auszuschließen. Ja, also diese exponierten Player übernehmen sozusagen so ein bisschen dieses Erscheinungsbild. Und noch haben wir so Sachen wie OPML, technischer Begriff, ja, wer versteht das schon? Also das leichte Importieren und Exportieren von Subskriptionslisten ist halt so, eine Podcast-App kann es sich nicht leisten, keine Importfunktion zu haben und so rein moralisch können sie sich auch nicht leisten, keine Exportfunktion zu haben. Aber ich habe gerade nicht so den Eindruck, dass das unbedingt so auf den zukünftigen Featurelisten ganz oben drauf steht. Da muss man halt drauf schauen. Also grundsätzlich, was ich sagen will, ist, es gibt auch in der Podcast-App-World so den Trend, einen gewissen Login zu verfolgen und der wird sich halt hier in Teilen eben fortsetzen. Und es ist halt einfach wichtig, dass man Standards hat und in gewisser Hinsicht auch drauf drängt, diese einzuhalten. Und an der Stelle muss ich auch sagen, da liegt das auch so ein bisschen an uns, da mal auch ein bisschen Front zu machen. Nicht böse oder so, ja, mir geht es jetzt nicht irgendwas groß zu beklagen, aber einfach auch mal so ein Case aufzumachen und zu sagen, also zum Ökosystem gehören natürlich die Hörer und da mag vielleicht durch Bezahlen von Apps und von Subskriptionen und so weiter das meiste Geld herkommen, aber ohne die Content-Anbieter, jetzt haben wir eine Content-Anbieter-Diskussion, sehr schön, ja, also die Podcast-Content-Mafia sozusagen, ohne die läuft ja auch nichts. Gut, bei uns geht es jetzt nicht so primär um solche Vergütungsmodelle, obwohl das durchaus auch etwas ist, wo man mal in technischer Hinsicht drüber nachdenken sollte und wo noch sehr viele Hürden aufgebaut werden, so Stichwort Abos und bezahlte Feeds und so weiter, ist alles nicht so einfach, sowas heutzutage zu machen, weil es da einfach auch keine Standards gibt. Aber man muss halt auch einfach mal als Podcaster-Welt auftreten und sagen, hör mal, ist ja schön, dass ihr hier dieses Ökosystem bepflügt und dort quasi ein Angebot schafft für die Hörer, das ist toll für uns, weil dadurch wird natürlich das Hören einfacher und alles ist schön, aber das heißt ja jetzt mal nicht, dass man jetzt unsere Interessen komplett beiseite legen kann. Ich will einfach, dass es, es muss einfach sein, aus jeder Podcast-App die Homepage eines Podcasts aufzurufen. Es muss einfach sein, für jede Episode, die abgespielt wird, die entsprechende Episodenseite im Web abzurufen, zu twittern, weiterzuschicken und zwar ohne irgendwelchen URL-Shortener, der nochmal durch irgendein beklopptes Backend durchgeht und so weiter. Because, because, ja, da will ich auch gar nicht groß drüber diskutieren, ehrlich gesagt. Das hat man einfach zu tun, weil das gehört sich einfach so. Ja. Da könnte ich ein bisschen, ein bisschen die Wand hochklettern. So, aber ich wollte ja über einen Hörner reden. Formate, so ein geflügeltes Wort. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, okay, gab es, war erfolgreich. Viele Leute haben das jetzt gehört. Können wir ja bitte, können wir bitte weitermachen. Ich, ich will irgendwie das Wort Serial einfach nicht mehr hören, so. Klar, das war in gewisser Hinsicht eine Demonstration, dass ein Format eine breite Hörerschaft erreichen kann. Alles schön, alles wunderbar. Aber, und das mag auch gerne in den USA so weitergehen, weil dafür gibt es ja da ganz offensichtlich eine Zielgruppe, dass das in Deutschland jetzt so besonders gegriffen hat, habe ich bisher noch nicht feststellen können. Man kann eigentlich grundsätzlich sagen, meiner Meinung nach, dass diese ganzen amerikanischen Ansätze an Podcasts in Deutschland, naja, also im besten Fall funktionieren die so ein bisschen. Aber, dass irgendetwas wirklich komplett durchgeschlagen würde im Ansatz. Also zumindest jetzt schon so mega populären Vorlagen. Gerade von Serial gab es irgendwie so viele Kopien mit wer ermordete Burak und ich weiß nicht, wie viele anderen Mordfällen auf einmal nachgegangen wurde. Nur um dann am Ende festzustellen, in Deutschland hat man nicht genug Energie, sich über Mordfälle überhaupt aufzuregen. Ja, ich meine, da haben irgendwie jahrelang Nazi-Horden Türken ermordet als Serial-Killers und wir sind noch nicht mal in der Lage, das juristisch aufzuarbeiten. Also, ob das dann irgendwie im Podcast noch groß funktioniert, weiß ich nicht. Obwohl ich mir sehr einen NSU-Podcast wünschen würde, der den ganzen Kram wirklich mal aufarbeitet. An der Stelle wäre vielleicht mal wirklich was zu machen. Ja, wo es halt wirklich ins gesellschaftliche Engagement geht. Aber nicht so als Show oder so als Einzelfall. Naja. Man muss halt schauen, dass es hier einfach kulturelle und auch wirtschaftliche Unterschiede gibt, wie das amerikanische Podcast-Modell aufgebaut ist und dass halt unsere eigene Kultur oder andere Herangehensweisen einfach erfordert. Und ich denke, das kann sich auch alles selber aus einer bereits existierenden Kulturwelt entwickeln, aus einer Formatvielfalt, die wir im Prinzip schon haben. Dieses reine Kopieren ist halt einfach Quatsch. Also man muss schon wirklich schauen, was geht also. Und es gibt durchaus, es gibt auch Dinge, die gab es zum Beispiel auch zuerst in Deutschland in dieser Podcast-Landschaft. Ich kannte keinen einzigen Interview-Podcast in den USA, als ich damit angefangen habe. Nicht einen, nichts dergleichen. Es gab techke Quatsche von Journalisten und es gab halt alle möglichen durchgedrehten, showartigen Formate, die für sich genommen super waren. Aber so dieses diskrete Gespräch miteinander, ich meine, wir haben ja so ein bisschen Stock im Arsch in Deutschland. So dieses ganze ausufernde Show-Getue liegt uns halt nicht sehr. Ja, ist nun mal so. Kann man auch einfach akzeptieren und abspeichern und feststellen, okay, wir gehen da anders heran. Dafür können wir aber andere Sachen besser. Und daraus muss man es meiner Meinung nach aus heraus entwickeln. Oder wie es heute so schön fiel, ich zitiere das hier einfach mal, Wetten, das wurde auch nicht in den USA erfunden. Ich weiß nicht, was jetzt die Böhmermannsche Kopie so ergeben hat. Ich habe das noch nicht gesehen. Hier wird schon mit dem Kopf geschüttelt. War nicht so toll. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie auch immer. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Stellt sich die Frage, was sind denn jetzt eigentlich so die wünschenswerten Formate und was halt jetzt so ein Thema ist, was hier übrigens auch noch ein Thema sein wird. Kann man ja auch drüber reden. Ja, Storytelling. Super. Wir müssen jetzt Storytelling. Das ist jetzt der neue Hype. Kann ich auch verstehen. Ist in gewisser Hinsicht so ein bisschen auch eine Begeisterung für so klassische Formate. Gerade so in der Radiolandschaft. Weil das Feature, was ja im Prinzip dahinter steht, ist, das ist so ein bisschen das Einhorn im Radio. Also das ist so das, was alle gerne machen würden, wo es aber nur ganz selten dann auch das Geld dafür gibt. Wo sicherlich auch gute Produktionen bei rausfallen. Und der Aufwand, der dann da reinfließt, die ausgefeilte Erzählungsform, die Klangkulisse, gleich ein Rudel von Sprechern, die sich alle möglichen Rollen teilen. Weil im Schnitt ist das alles dann wirklich bis auf die letzte zehnte Sekunde genau getimt. Und am Ende hat man dann so ein Gesamtkunstwerk, was so für sich vor sich hin strahlt. Und wo man dann so die Hoffnung hat, dass das dann eben auch toll gefunden wird. Ich kann bloß mit der Podcastbrille einfach nur feststellen, aufwendiger ist halt nicht unbedingt auch gleich besser. Weil das heißt ja nicht, dass es deswegen auch besser reingeht in die Birne. Also es ist ja nicht so, dass man grundsätzlich die Erfahrung machen würde, dass Radioformate mit ihrer ohnehin schon großen Dichte dadurch noch besser werden, indem man diese Verdichtung noch mehr auf die Spitze treibt. Dass einfach diese Zeitreduktion, dieses Fixiertsein auf eine bestimmte Länge wirklich Vorteile bietet, kann ich eigentlich in den seltensten Fällen feststellen. Sicherlich ist es gut, sich in einem bestimmten Rahmen zu bewegen, aber oft sind es halt auch Zwänge, die zu einer Verkürzung führen. Sicherlich, wer gute Features machen kann und das Storytelling richtig drauf hat und im Prinzip wie so ein Kinoproduzent, Regisseur an die Sache herangeht und das auch wirklich drauf hat, da kann was Tolles bei rauskommen. Aber das sind dann halt auch die Ausnahmen. Und es ist nicht unbedingt jetzt ein Format, dem ich jetzt zugestehen würde, dass das das ist, worauf jetzt alle Hörer warten. Weil es ist auch ein bisschen anstrengend, das zu hören, finde ich. Das mag jeder anders sehen. Man muss halt auch sehr dabei bleiben, da ist halt irgendwie keine Ruhe drin. Insofern denke ich, dass die Kombination verschiedener Methoden durchaus hilfreich sein kann und dann kann sich daraus auch noch mal was ganz anderes draus entwickeln. Man muss ja auch fragen, warum sind Podcasts halt eigentlich populär geworden? Was ist eigentlich so der Grund, dass Leute das so toll finden? Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben es nicht mit absoluten Zahlen in großen Mengen zu tun, aber wir haben es mit einer unglaublich hohen Satifaktionsrate von den Leuten, die wirklich drauf hängen geblieben sind, zu tun. Wenn man Podcasts geil findet, dann findet man es so richtig geil. Und keine Ahnung, ob ich das jetzt so runterbrechen kann, aber ich würde erst mal sagen, das Normale ist schon mal ein Pluspunkt. Normale Stimmen. Menschen reden normal. Und nicht, wie sie das in der Abendsendung oder in der Morgenshow erwarten würden, eine ganz besondere Ansprache. Sondern halt einfach normal. Weil das ist einfach entspannt. Weil Leute reden halt einfach normal. Und das hilft einfach auch besser zu interpretieren, wie es gemeint ist. Und etwas zu interpretieren, wie es gemeint ist, ist schon mal eine Kunst. Weil viele Leute machen das im normalen Gespräch schon nicht sicher, wenn sie nicht wissen, wie irgendwas gemeint ist. Und wenn man es dann halt auch noch durch irgendeine Rolle oder durch irgendeine durchformatierte Art und Weise zu sprechen noch verschärft, wird es nicht einfacher, Dinge zu konsumieren. Podcasts sind an sich schon mal deshalb natürlich im Vorteil gegenüber den ganzen anderen Medienformaten. Das muss man sich auch mal klar machen. Weil es Sprache ist. Und bevor der Mensch in der Lage war, mit Keilen irgendwelche Linien in Steine reinzuhauen, ist das gesamte Wissen der Welt einfach über die Sprache, durch Erzählen, durch Nacherzählen, durch Erklären weitergereicht worden. Das ist einfach unser Primärsinn. Und alles andere, geschriebene Sprache etc. ist kodierte Sprache, die enkodiert und dekodiert werden muss und die dabei halt auch immer wieder Fehler erzeugt. Sowohl beim Enkodieren als auch beim Dekodieren. Da muss man sich nur Kommentare auf Blogs durchlesen. Da weiß man, was Encoding-Fehler und Dekoding-Fehler sind. Alle reden aneinander vorbei. Keiner will den anderen irgendwie auch nur verstehen. Oder selbst wenn sie es wollen, tun sie es nicht. Das passiert halt einfach in dem normalen Gespräch. Passiert natürlich auch. Aber halt doch extrem viel weniger. Was ich auch noch finde, was eine große Rolle ist, und ich habe es eben schon ein bisschen angesprochen, ist halt diese reduzierte Dichte. Also dass man nicht immer alles, dass nicht jede Sekunde genutzt werden soll. So eine Pause ist manchmal einfach extrem förderlich, einfach um das Verstehen zu fördern. Wenn man dann nachdenkt darüber, was gerade gesagt wurde. Es hilft. Es hilft auch, Leuten dabei zuzuhören, wie sie über etwas nachdenken, über eine Frage. Oder wie jemand nachdenkt darüber, was als nächstes gefragt werden kann. Weil das sind auch alles interessante Metainformationen. Und man merkt so, ah, gar nicht so einfach. Es ist immer sozusagen nochmal eine Informationsebene zusätzlich drin, die man halt komplett rausnimmt, wenn alles immer durchgeschnitten ist und aneinandergeklatscht ist. Radiointerviews, die ich so höre, wo man halt immer so die, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, natürlich auch die ganzen Cuts in gewisser Hinsicht auch schon hört, weil einfach diese natürlichen Pausen fehlen. Merkt man, dass es einfach durchgehetzt ist. Und dann fragt man sich dann halt auch an einem bestimmten Punkt so, wie viel von dem, was ursprünglich gesagt wurde, ist jetzt hier eigentlich übrig geblieben? Wer hat diese Auswahl getroffen? Ist das überhaupt noch authentisch? Und dadurch entfernt man sich natürlich so ein bisschen auch von dem Gesagten. Umso aufwendiger das produziert ist, umso schwieriger ist es, das Ganze auch für sich normal zu internalisieren. Naja, und dann natürlich klar, bei Podcasting ganz stark, Bezug zu Personen und Persönlichkeit, finde immer noch Podcasting ist so das persönlichste Medium. Da geht einfach am meisten, da spielt die Persönlichkeit eine Rolle und die Art und Weise, wie es produziert wird und auch die Art und Weise, wie es konsumiert wird. Ihr kennt alle die Kommentare von Hörern, die das im Bett oder sonst wo hören. Das sind schon so die intimsten Konsumsituationen, die man sich vorstellen kann. Ein mit mir befreundeter Podcaster, der auch für Radio macht, ich nenne keine Namen, meinte irgendwann mal zu mir, es wäre ja schon alles erfunden im Radio. Ja, Feature, Interview, Bericht, News, zack, bumm, alles komplett. Habe ich irgendwie auch so aus anderen Technologiebereichen auch schon mal gehört. Also so ein wiederkehrendes Statement und ich meine, man muss sich nur überhaupt die Menschheits- und Kulturgeschichte anschauen, dann weiß man, es ist noch nie irgendwas komplett abgeschlossen gewesen, sondern alles entwickelt sich weiter. Hier muss einfach mal festgestellt werden, diese Behauptung ist falsch. Es ist noch nicht alles erfunden worden, es ist nur so, dass die Zwänge, die existieren, halt irgendwo diese Innovation auch beschränken. Wo nimmt man das jetzt her? Wo kommt denn die Innovation her? Antwort von der anderen Seite. Zuhören, den Weg verkürzen und irgendwie da sehr viel interaktiver zu werden und diesen Dialog zu suchen, dieses Feedback zu suchen und rauszufühlen, was könnte denn schon der nächste Schritt sein? Was ist denn sozusagen das, was man verändern muss, um quasi auf mehr Interesse zu stoßen? Also das ist ja eigentlich das, was eine Innovation im Medienformat ausmacht. Dass es auf mehr Interesse stößt, dass es anders ist und dass es sich mehr entweder den Hörgewohnheiten oder den Vorlieben anschmiegt, dadurch kann man halt innovative Elemente machen. Das kann über die Länge des Formats sein, das kann über den Fokus des Formats sein, das kann über die Art und Weise der Ansprache sein, aber man kann das halt nicht von vornherein von irgendeinem Zeitslot denken. Oh, ich habe einen Sechs-Minuten-Slot. Was könnte jetzt die Innovation sein, die so bisher noch nicht da war? Das fängt an der falschen Seite an. Das fängt mit den Zwängen an und nicht mit den Möglichkeiten und schon gar nicht mit den Notwendigkeiten. Was ich auch finde, ist, dass halt grundsätzlich auch eine Stärke der Podcast-Formate ist, dass sie eben sehr viel mehr Diskussion und Debatte ermöglichen. Wir haben immer dieses wiederkehrende Ding. Ich hatte jetzt glatt verzichtet darauf, das hier auch nochmal aufzuschreiben, weil ich das schon so oft gesagt habe. Aber es kam in der Vorstellungsrunde auch schon wieder Podcasts aus der Nische herausführen. Das ist so eine Formulierung, damit kann ich wirklich nichts anfangen. Podcasts sind das, womit man in die Nische reinkommt. Nische ist geil. Nische ist ein Ort, der schwer zu erreichen ist. Man kann mit einem Massenmedium nur sehr schwer eine Nische erfüllen. Aber in der Nische, im Sinne von einem relativ scharf abgetrennte Zielgruppe, die einfach ein bestimmtes Interesse hat, ein bestimmtes Wissen hat, eine bestimmte Fähigkeit vielleicht auch hat, die zu unterhalten oder die zu informieren und dafür ein Angebot zu schaffen, das ist halt etwas, was man eben nur mit einem Medium machen kann, was auch in der Lage ist, sich in so einen scharfkantigen Ausriss der Gesellschaft auch anzupassen. Und da funktionieren Podcasts halt einfach hervorragend. Ich kenne ja fast keinen Sportbereich mehr, keinen Vereinsbereich, keinen Hobbybereich mehr, wo nicht in irgendeiner Form, zumindest so bruchstückhaft und schon mal so die ersten Schritte mäßig, irgendein Podcast-Format gestartet wird. Ja, wir unterhalten uns über die Problematiken des Taubenzüchtens im 21. Jahrhundert, weil Leute beschäftigen sich damit. Und was ich auch gelernt habe aus meiner Interview-Erfahrung in Podcasts, es gibt fast nichts da draußen, was nicht interessant ist. Also es ist einfach, alles ist irgendwie interessant, wenn man überhaupt erstmal näher drauf schaut und das Mikroskop einsetzt. Wassertropfen sieht halt erstmal langweilig aus, aber mach mal einen Zoom mal 100.000 und dann fliegen die halt eine mega komplexe Bakterienwelt, die hochgradig interagiert entgegen und so ist es halt eigentlich auch mit allen Themen. Was wiederum die Podcasts aber dann auch überhaupt in die Lage versetzt, dann da auch auf Interesse zu stoßen, ist meistens gar nicht so sehr diese Wissensvermittlung, die geht mehr nach außen. Für diese Zielgruppen leistet der Podcast viel mehr, dass er Raum für Diskussion und Debatte bringt, weil Themen aufgegriffen werden, die diese Zielgruppe bewegen. Aktuelle, generelle, grundsätzliche Zukunftsfragen, was auch immer. Was halt normalerweise immer nur in einem sehr kleinen Kreis besprochen werden kann und was vielleicht mal in irgendeinem Block thematisiert wird, aber dann haben wir wieder dieses Encoding-Problem. Man muss dann halt erstmal encoden in Schriftform das so bringen, wie formuliere ich das jetzt, dass das auch richtig verstanden wird und dann dekodieren die Leute das und verstehen es dann doch wieder nicht. beziehungsweise vielleicht eine noch sehr viel kleinere Zielgruppe. In dem Moment, wo man aber Sprache bemüht, in dem Moment, wo man ausführlich wird und normal redet und auch diese Dichte rausnimmt und Raum lässt, werden halt Argumente verständlicher und es findet eine Debatte und eine Diskussion. So viele Podcasts, die ich kennengelernt habe, die solche Zielgruppen ansprechen, was es auch immer ist, berichten mir eigentlich immer wieder, wenn sie so halbwegs Stamina gezeigt haben und da durchgehalten haben, dass sie sozusagen auf einmal so der Moderationsort sind, wo Fragen aufgeworfen, diskutiert und vielleicht auch teilweise gelöst werden. Informierte Unterhaltung und auch ein Stück weit politische oder gesellschaftspolitische Debatte trifft einfach auf Bedarf und das ist ein Bereich von Podcasts und das ist natürlich auch ein Bereich des eigentlich öffentlichen Rundfunks. Yay, weil öffentlicher Rundfunk ist ja toll. Finde ich, tatsächlich. Ist eine tolle Sache. Hat so seine Schwierigkeiten. Zunächst einmal kann man festhalten, es ist besser als sein Ruf, der öffentliche Rundfunk. Definitiv. Der Ruf ist nicht so gut. Im Übrigen auch im Gegensatz zur Eigenwahrnehmung. Im öffentlichen Rundfunk denkt man, es ist irgendwie andersrum. Und tatsächlich finde ich, könnte halt der öffentliche Rundfunk der ganzen Podcast-Bewegung, ich habe jetzt mal bewusst das Wort Szene vermieden, durchaus helfen. Und umgekehrt. Also hier gibt es einfach die Möglichkeit, sich gegenseitig unter die Arme zu griffen. Schauen wir mal, was gut gelaufen ist. Lief schon einiges gut. Podcasts wurden relativ früh angenommen. Kaum war iTunes draußen. Dauert es nicht lange. Da purzelten die ganzen Sendungen rein. Aufzeichnungen wurden bereitgestellt. Vielleicht nicht unbedingt immer so richtig toll, aber war da. Und man kann auch feststellen, diese Nische, also diese Sendernische, diese Verbreitungsnische, die ja dann wiederum so nischig gar nicht war, wurde zumindest schnell besetzt. Und heute kann man auch feststellen, dass so die öffentliche Wahrnehmung von ÖR-Podcasts relativ groß ist. Also in der Gesamtheit von Leuten, die Podcasts überhaupt wahrnehmen, ist natürlich die Wahrnehmung von Podcasts der Radiosender relativ groß. Also der ÖR-Radiosender. Private Radiosender, Podcasts, nada, nichts, niente, nix. Wundert mich auch nicht, weil bringt ja kein Geld. Manches lief nicht so gut. Was mich zum Beispiel immer ein bisschen gestört hat, was sich nur langsam ändert, ist, dass es halt innerhalb der Häuser so recht keine Wertschätzung ihres eigenen Angebots gegenüber gab. Also es war so, naja, das machen wir so, aber das interessiert ja keinen. Irgendwann mal auch so statistischen Auswertungen und so weiter intern. dann wollte man immer nur, ja, die Streams, die Streams auf dem Internet. Wie viele Leute hören diese Streams? Ich sage immer so, Leute, Streams, scheiß auf eure Streams. Aber, dass das im Internet anders funktioniert, also dass die On-Demand-Nachfrage quasi tausendmal wichtiger ist und potenziell natürlich auch die Abonnentenzahlen viel, viel, viel wichtiger sind für so ein Rundfunkhaus im Internet, als jetzt Livestreams, die ja im Prinzip nichts anderes sind als so eine Alternative zum UKW. So, oh Mist, ich kriege die Frequenz nicht rein, dann gehe ich doch mal ins Internet. Das ist ja sozusagen nur so ein Hilfsanker. War nicht da, ist teilweise noch nicht da, keine Ahnung, your mileage may vary. Manche sind da halt schon ein bisschen aufgeschlossener. Es gibt auch eine Generation öffentlichen Rundfunk, die das anders sieht. Sonst wären wir übrigens auch nicht hier. Tja, und das kennt ihr auch, liebloses Design, Metadaten, wenn ich mir so die Podcast-Cover vom Deutschlandfunk anschaue und dann immer so versuche, meinen Lieblings-Podcast rauszusuchen und dann so, welcher von diesen blau-weißen Covern ist denn das jetzt eigentlich? So, ja, da kann man jetzt drüber lachen, ist natürlich ein bisschen traurig. Andererseits, leicht zu ändern, fragt man sich, warum wird es nicht geändert? Weil das Problem nicht gesehen wird. Warum wird das Problem nicht gesehen? Weil man sich diese Domäne nicht so anschaut. Warum schaut man sich diese Domäne nicht? Weil man noch nicht verstanden hat, wie wichtig diese Domäne ist. Wie viele Bindungen man darüber erzeugen kann, etc. Und gerade Metadaten sind ein Problem, weil man eben auch nicht ordentlich suchen kann. Ich will mich gar nicht zu Vizes hessischen Rundfunks äußern, das kann dann easy machen. Ganz schlimm, immer noch, großes Problem, miserable Webseiten, keine Permalinks, nirgendwo, doch vielleicht hier und da mal, aber im Großen und Ganzen nicht. und natürlich das Archivdrama, was ja natürlich weit über Podcasts hinausgeht. Diese Depublikationspflicht, die man sich mal hat reindrücken lassen, weil man nicht geschnallt hat, wie wichtig das ist in diesen ganzen Erpressungsversuchen, die halt von Springer und Co. regelmäßig durchgeführt werden. Erst jüngst wieder haben sie, glaube ich, mit ihrer Tagesschau-App da wieder in die Niederlage gelandet. ist mir auch ehrlich gesagt unklar, warum die Gerichte da teilweise auch in die falsche Richtung, also für meinen Geschmack falsche Richtung entscheiden. Tatsache ist, man muss halt auch was dafür tun, weil es muss einfach verstanden werden, und da haben wir die Lehren in der Podcast-Welt, dass das Archiv ist das A und O. Irgendwann ist das für einen halbwegs gepflegten Podcast einfach das Allerwichtigste. Ich habe jetzt Sendungen mit 200 Folgen mit tonnenweise Shownotes. Ich kann die nicht alle in meinen Feed reintun, da fallen die hinten raus und ich kriege einfach täglich, ich kann die alte CAE-Folge nicht laden, ich kann die alte Raumzeit-Folge, wieso ist die nicht in iTunes? Ja, sie ist nicht in iTunes, weil Klammer auf, Explite 4, Klammer zu, ne, weil es da keine technische Lösung gibt. Die gibt es halt auch deshalb nicht, weil wir da nicht gemeinsam sagen, geht nicht mehr. Und die gibt es halt auch nicht, weil auch der öffentliche Rundfunk nicht feststellt und sagt, ja, warum gibt es nicht eine Feed-Kette mit Page-Feeds irgendwie, wo HR2 der Tag der letzten Jahre drin ist oder Deutschlandfunk Hintergrund und all diese ganzen wertvollen Sachen, wo man auch sagen könnte, hier, hört ihr mal den Beitrag von 1987 an, da ist die selbe bekloppte Debatte, die wir jetzt schon wieder über Terror haben, schon mal so ausführlich dargelegt worden, muss man noch nicht mal eine neue Sendung für aufnehmen. Kann man sozusagen für 0 Euro diese ganze Scheiße nochmal erklären. Aber gibt es nicht, weil es gibt keinen Link dafür, ist halt nicht online, kann man nicht anhören, ja, die Leute, die das produziert haben, sind wahrscheinlich schon alle tot, Copyright, das kann man, also wenn man das will, das ist mein Glaube, kann man das lösen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, ich weiß, dass es da Rundfunkstaatsvertrag und was nicht alles gibt und die ganze Copyright und Vergütungsdebatte und so weiter, nur schaden sich halt alle gegenseitig dadurch. Wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk da nicht einfach auch mit einer Stimme anfängt zu sprechen und auch der Bundesregierung und anderen Medienfritzen aus der Privatwirtschaft da einfach mal mit durchgestrecktem Rücken entgegentritt und sagt, das muss sich jetzt ändern, weil das muss sich jetzt ändern und man fragt, warum? weil es sich ändern muss, weil so ist es einfach das Internet und wir haben bei den Podcastern geguckt, die machen das auch so, warum können wir nicht genauso gut produzieren wie die Podcaster. Ich will sagen, öffentlicher Rundfunk und private Podcaster haben gemeinsame Interessen, das war eine ganze Menge, ja, wir haben ein Interesse an unabhängigen Ausspielwegen, wir wollen da keine Mittelmen haben, die uns in irgendeiner Form beschränken in der Art und Weise, wie wir empfangen werden. Als hier Böhmermann und sein Kollege auf Spotify gewechselt ist, was war das Erste, was kam? Ja, kann man nicht in der Schweiz runterladen, laden wegen Geoblocking. Ja, gute Nacht. Ja, weil wieder irgendwelche komischen Regeln, die das eigentlich überhaupt nicht betreffen sollten, einfach automatisch greifen. Gut, kann man sagen, kleiner Lapsus, ist ja eine Konfigurationsdatei. Der Punkt ist, man hat es halt nicht mehr unter der Kontrolle, sondern es greifen auf einmal irgendwelche anderen Sachen. Und jetzt, wo wir mit Leistungsschutzrecht und Content-ID-Debatten auf europäischer Ebene da spielen, in den nächsten Level des Wahnsinns gehen, wird es einfach noch schlimmer werden. Gemeinsames Interesse, starke Bindungen an die Hörer. Die Leute, die öffentlichen Rundfunk hören, sind das Gold der ÖR-Landschaft. Die Sendungen selber sind das Platin, aber die Hörer sind das Gold. Und deswegen gibt es ja, und das ist bei uns halt genauso. Und was halt auch ein Riesenvorteil ist, es ist halt nicht alles vom Geld getrieben. Unsere Monetarisierungsdebatte ist alles schön und gut und wichtig und für den Einzelnen auch entscheidend. Aber insgesamt geht es hier nicht unbedingt um Fortschritte, die jetzt primär sich immer nur am Geld orientieren. Und das ist halt auch ein großer Vorteil, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch genießt. Insbesondere die intellektuell mehr höher stehenden Radioangebote. So, Fernsehbereich wundert man sich ja manchmal so ein bisschen. Und ich denke, dass halt sowohl unsere Bewegung als eben auch der öffentliche Rundfunk grundsätzlich einfach auch ein Interesse an so einer Informationserländer hat. Dass wir einfach unseren Beitrag leisten und so ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland nach dem Krieg gegründet worden. Es geht da drum, einfach die Gesellschaft mit Informationen zu versorgen. Nach dem Krieg 1945, die haben sich da irgendwie ans Mikrofon gesetzt und der Auftrag war, erklärt den Leuten, was Demokratie ist. Das hat sogar ganz gut funktioniert. Also, bis jetzt. So. Jetzt bloß nicht aufhören damit, weil jetzt ist es gerade mal wieder wichtig. Und dazu kann man halt beitragen. Aber dazu muss man halt einfach so weit strahlen können und so effizient strahlen können, und vor allem ohne, dass einem irgendein Business-Modell irgendeines bekloppten Start-Ups dazwischen hustet. Das ist wichtig, dass man einfach seine Unabhängigkeit auch in digitalen Zeiten weitgehend durchhalten kann. Also, wir haben hier gemeinsame gesellschaftliche Ziele und Aufgaben und dementsprechend, denke ich halt, auch eine gemeinsame Innovation ist möglich. Also, ist auf jeden Fall vorstellbar. Das geht natürlich über Technik. Na? Ah, Technik, blöd. Langweilig. Ja, weiß ich. Will man halt eigentlich nichts mehr zu tun haben. Die geilste Technik ist, die man nicht sieht, die man nicht mehr spürt, die man als solche nicht mehr wahrnimmt. Alle rennen jetzt irgendwie mit Smartphones raus, da draußen rum, Pokémon Go und so. Wie viele Flüge in den Orbit dieses Planetens erforderlich gewesen sind, um sowas wie so ein iPhone überhaupt bauen zu können, macht man sich überhaupt nicht klar. Das ist wirklich so in silbergossener Mega-Hitech. Also, können wir jetzt stundenlang darüber reden, was da alles im Detail für Erfindungen drin sind, die in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren gemacht sind. Nicht jetzt nur wegen der Raumfahrt, aber eben unter, sagen wir mal, alles, was sozusagen der technische Innovationstrieb der Menschheit hergegeben hat, kulminiert sich in diesem Gerät. und die Leute rennen rum und sagen, ja, das ist ja mal einfach. Das ist schon irre, ne? Also, man sieht, dass Technik letzten Endes in dem Moment, wo sie nicht mehr als solche wahrgenommen wird, im Prinzip ihre Hochphase hat. Das ist nicht einfach, aber es ist wichtig. Und auch an der Stelle kann ich halt nur einen bekannten Programmierer zitieren. Don't doubt the Germans. Ja, wer es nicht weiß, Marco Arment, der Programmierer von Overcast, hat das irgendwann mal gesagt, als er in seinem Blogpost zugegeben hat, dass Kapitelmarken eigentlich eine ganz geile Idee sind. So, obwohl er sie vorher eigentlich total gedisst hat. Weil sie sind nämlich auch eine ganz geile Idee. Sind nämlich ein Feature, was sowohl Podcastern als auch Hörern hilft. Beiden. Hörern vielleicht noch ein Stück weit mehr, ich weiß, es gibt welche, die sagen, ich brauche Kapitelmarken und so weiter. Würden sie noch besser benutzt werden können, würde es auch den Leuten irgendwann mal klar werden, was das eigentlich für ein cooles Feature ist. Ist halt immer eine Frage, wann so der Breakthrough auch erreicht ist. Ähnliches Thema, was hier auch nochmal eine Rolle spielen wird auf der Subscribe, sind Transkripte. Ja, warum haben wir das noch nicht? Jetzt gibt es die ersten automatischen Erkennungssysteme, es gibt auch professionelle Transkriptionsdienste, die man in Anspruch nehmen kann. Es ist in der Lage, Text zu liefern. Warum verdammt nochmal gibt es keine einfache Möglichkeit, diese ganzen Transkripte auch irgendwie auf die Webseite zu bringen? Wieso können die Podcast-Apps das nicht? Warum kann man nicht dann danach suchen, analysieren, etc. pp. Also da ist so viel möglich und so viel auch nötig, muss gemacht werden. Muss in Deutschland gemacht werden. Weil ich habe irgendwie den Eindruck, die anderen schnallen das einfach nicht. gut, Wikipedia ist ja in Amerika losgetreten worden, weil dieser Pioniergeist mit irgendwie das Unmögliche heute sofort, am besten noch heute Nachmittag, das passt da wunderbar rein. Aber als nächstes sind halt sofort die Deutschen an die Decke gegangen und haben gesagt, Lexikon, geil! Ja, wir strukturieren das alles. Ordnung können wir. Und das ist halt hier genauso. Ja, also wir wollen das mal alles strukturieren und ordnen. Haben wir totalen Spaß dran, super, überlass das mal uns. Machen wir uns über andere Sachen auch noch Gedanken, Austauschformate, machen wir alles. Wichtig hier, Archivierungsstandards, Pagefeeds, das greift ja nun langsam, da sehe ich schon so ein bisschen einen kleinen Silberstreifen am Horizont, aber auch vergleichsweise einfache Sachen wie Empfehlung. Wo es jetzt wieder so viele Insellösungen gibt, wie ich das vorhin schon gesagt habe, mit diesem Sharing von Seiten, die dann halt auf irgendwelche Portalseiten gehen, etc. pp. Also es gibt da eine ganze Menge von Dingen, die man da machen kann, um das Einhorn einfach mal neu zu satteln. Und dabei helfen natürlich Podcaster. Yay. Yay. Oh, fuck. Oh Mann. Null Punkte für mich. Ich werde jetzt sofort, ich werde das sofort, ich werde sofort auch meine neue, hippe, bevorzugte Schreibweise, von der ich keine Ahnung habe, warum ich die jetzt hier nicht auf diese Folie gebracht habe. Doppelpunkt ist super. Ja, Doppelpunkt. Der Unterstrich war gestern. Doppelpunkt. Ich tausche das jetzt in den nächsten Slides nicht aus, aber ihr wisst schon, I'm with you. Ich habe es schon gesagt, also wir müssen einfach ein bisschen mehr zusammenwerfen, so. In dem Zusammenhang helfen vor allem insbesondere Grabenkämpfe und sonstige Zwisseleien über Monetarisierungsmodelle oder ähnliche Sachen helfen uns nicht weiter. Das sind einfach Nebenkriegsschauplätze, das bringt nichts. Das sind Debatten, die müssen geführt werden, die werden auch geführt und die können so oder so ausgehen, aber das ändert nichts am Gesamtziel. Man muss halt alle ins Boot bekommen, um da irgendwie voranzuschreiten. Und bitte keine neuen Vereine gründen. Also Podcastvereine hat es schon ein paar gegeben, das ist auch alles gefailt und das würde auch beim nächsten Schritt nicht besser werden, weil da schafft man sich dann sozusagen nochmal so ein Problem im Problem, was dann irgendwann den eigentlichen Zweck der ganzen Geschichte komplett sprengt und das war schon immer so und das ist einfach alles Quatsch. Also was wir brauchen sind Qualitätsinitiativen, temporäre Projekte, wo Dinge postuliert werden, wo man sich zusammenfindet, so ein bisschen so angelehnt, so ein bisschen wie das Kampagnenmodell, wie das derzeit eigentlich verhältnismäßig erfolgreich im netzpolitischen Bereich geführt wird. Also gerade, wer es euch so ein bisschen verfolgt hat, der Innovationsgeist, der da reingegangen ist, um Netzneutralität zu erhalten, was ja nun wirklich gelungen ist, was ich ehrlich gesagt nicht geglaubt habe, ja, also ich dachte so, it's over, ja, und kam dann doch anders, weil man da einfach innovativ war, innovative Webseiten, innovative Projekte, innovative Kampagnenmodelle und auch sowas müsste man mal lostreten und dann kann man einfach auch schnell Aufmerksamkeit für so einen ganzen Kram machen. Müssten Sie sich bloß mal, vielleicht auch mal ein paar andere Leute Zeit nehmen, als die, die es immer machen. ich würde mich auch ganz gerne mal ein bisschen zurücklehnen. Womit ich nicht sagen will, ich mache hier alles oder so, ja, das wollte ich jetzt damit nicht sagen, sondern ich wollte nur sagen, ich sehe, dass viele Leute hier einen Beitrag leisten und es irgendwo hingeht, aber wir machen uns, um diese Sachen machen wir uns keine Gedanken, so. Und in dem Moment, wo andere irgendwie mit sowas losziehen, bin ich mir sicher, dass dann auch alle mitgehen. Aber manchmal braucht es auch einfach, braucht es auch einfach so einen Sogeffekt und er muss auch immer mal wieder von woanders ausgehen. Das ist das, was ich damit sagen will. Genau. Zum Beispiel sanften Druck ausüben auf die ganzen App-Developer. Die haben es schwer. Ich weiß, ist alles nicht einfach so. Nur letzten Endes muss man einfach klar machen, dass da sozusagen gegenseitiges Interesse da drin ist. Ja, und soweit möglich eben auch auf Plattformen. Darüber müsste man vielleicht jetzt mal so ein bisschen in die Diskussion treten, wie man das am besten macht, wo man das am besten macht, auf welche Art und Weise man das am besten macht. Das ist das, wozu ich anregen will. So, und dafür taugt sie hier. Unsere Szene, ja, ich finde, die ist ganz stark, die entwickelt sich gut weiter. Es gibt immer wieder überraschende neue Initiativen. Es gibt auch beileibe nicht nur die Subscribe. Das ist nur ein Ort, von vielen. Es gibt gerade in Deutschland Podcam, Podstock, solche kleineren Treffen, auch teilweise größeren Treffen, andere Events. Gibt es da noch sehr viel mehr, kann ich jetzt gar nicht hier alle aufzählen. Ist gut, muss auch weitergehen, kann schön in die Breite gehen, muss nicht alles über einen Kanal laufen. und natürlich auch Digital-Sendegate. Das hat ja Ralf schon ausführlich vorgestellt, was da passiert. Da lässt sich eine ganze Menge koordinieren. Also wenn man wirklich was jetzt anstoßen will und so weiter. Ich sehe sozusagen die Werkzeuge, um sich zu vernetzen, die sind da. Jetzt muss man quasi nur noch mal ein bisschen Anschub geben. Ja, und das ist halt das, was ich glaube. Gemeinsam können wir was gebacken bekommen, weil so, wenn man sich halt jetzt komplett isoliert und das alles treiben lässt, dann sind wir halt auch nichts weiter als Treibgut. Und manchmal sind sogar die unvorstellbarsten Sachen möglich, sogar, dass ich meine Zeit einhalte. Denn ich bin fertig und sage vielen Dank und hier ist das letzte Einhorn. Ja, manche Dinge bleiben, wie sie sind. Tim, du hast mich 15 Minuten überzogen. Wieso nicht? Wir haben eine Stunde. Nee, du hast eine Dreiviertelstunde. Echt? Sorry.